Oh, Moment. Hey, wo willst du hin? Ich mach nur rasch das Rollo zu. Du? Ja? Ich muss dich noch was fragen. Was denn? Ach so, ja, ey. Keine Sorge, ich hab immer ein Kondom dabei. Nein, das mein ich gar nicht. Ich mein, ich mag es am liebsten auf eine ganz bestimmte Art. Ja, wie denn? Vielleicht mit festbinden oder so? Nein, so nicht. Also ich fände es super, wenn du es mit dem Mund machen könntest. Mit dem Mund? Natürlich nur, wenn du es auch magst. Ich habe es nie mit dem Mund gemacht. Oh ja, gut. Irgendwann ist immer das erste Mal. Also machst du es? Ja, klar. Ja. Ja.